Du kennst dich gerne, versuche ich schon. Du musst in den Keller ziehen. Nee, den baue ich woanders hin. Da, wo du ihn nicht finden kannst. Aha. Oh Mann, der Last Left of the World. Habe ich das? Ja, steht bei mir so angezeigt. Wow. Machst du jetzt in deiner eigenen Welt weiter. Erstmal habe ich den Standbild. Das ist nice. Ist das ein lübsches Standbild? Nein. Da bin ich ja beruhigt. Am Ende hast du noch hübsche Standbilder. Das ist ja... Das wäre ja zu gut. Das gönne ich dir nicht. Hübsche Standbilder. Warum denn nicht? Standbilder müssen immer heißlich sein. Oder lustig zumindest. Vor allem mit YouTube-Videos, wenn du die Videos irgendwo anhältst. Bei Vlogs... sind selten hübsch. Da wird immer irgendwie eine Fraze gezogen. Ich denke gerade an das Highlight-Video von Loot für die Welt. von der Floyd. Von der Floyd. Weil das Bild einfach stehen geblieben ist. Und der einfach im... Einfach im Bild immer so... Komplett so... Meine Fraze so komplett... Das muss noch ein bisschen... Das bräuchte wahrscheinlich noch ein bisschen Honig. Um den Bohnen zu machen. Wood Floor. Das macht man doch mit Honig. Ich habe noch gemünt. Sehr gut. Wood Floor. Wood Floor. Das ist am besten nicht runterfallen. Immer noch Standbildschirm. Nö. Aber du bist nicht in die Welt zurückgekommen. Ich habe keine Anzeige gesehen, dass du hier wieder... Dass du wieder zurückgekommen bist. Warte. Was warte? Du brauchst dringend Fenster in der Wohnung. Nö. Die Brosse nicht. Sie ist ziemlich düster. Du brauchst dich sehr als selber. Du bist nicht düster. Ich habe wieder... Ich habe wieder... Streben... nach Macht. Kommandone aus. Du bist der Welt. Schön. Schön, schön. Nicht immer hier weg katapultiert werde. Werde. Ein. Und unser Haus wird immer größer. Nee. Das bleibt zu groß. In der Breite? Ja. Das stimmt. Aber in der Höhe... muss ich dir wieder sprechen. Nee. Achso, ich bin gerade dafür. Ich habe gar nichts mehr. Ach, Schreck. sowas war jetzt gut das war gut ja verdammt ist tot tot nicht aber ich krieg viel schellfaden der berühmte schellfaden schade da muss ein bisschen weiter runterfallen zu sterben so rund ist unser haus noch nicht so boden fertig jetzt mal die wand weiter machen es wird nachts kommst du gleich mal schlafen nö ich bin zu weit weg dafür dann nutze halt den teleporter ich habe noch keine fackeln auf meinem bereich das ist ein legen gerade müsste ich mir das mal kraften es wird hier düster das ist wohl wenn wir dann dach aufs haus gesetzt haben und dann gemeintlich das haus fertig ist dann komm es mal fenster rein und so weiter aber wenn wir dann mit dem haus fertig sind und das noch ein bisschen verschönert haben dann werde ich als nächstes wenn wir als nächstes projekt mal eine mauer bauen wie er sein muss um dass ich um das gelände ich immer ein bisschen zu verteidigen damit die nacht kreaturen nicht mehr reinkommen eine schöne begehbare große mauer fest im stein mission mauerbau so muss das zu jedem kleinen hübschen nötchen gehört eine große hübsche mauer jetzt noch fenster hier rein das wäre ein traum ich habe sogar noch schweiz lief es mit dabei das heißt könnte hier sogar schon dach bauen wenn wir ein flaches dach haben wollen kann ja auch schräg machen mit dem lücken kann man auch schräg machen mit dem lücken so die wand kann man fast noch eine dachetage draufsetzen dachboden ne flachdach meinst du wird es so ein bisschen schräg machen dass man da noch dass man da noch so halbwegs drin stehen kann in der mitte so ein dreiecksdach dass wir da noch einen dachboden drunter haben flachdach ist doch hässlich ding 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 coole musik was bist du für ein baum du bist ein crackwood ich brauche dann holz hier gibt es holz in der lachboden da haben wir ja genug fändest du da haben wir ja noch ich glaube ich habe vorhin noch einen Hundertown Steak in der Kiste gesehen, nur unter 300 Wounds oder so. Eine Kiste kann ich gleich mal noch machen. Ich glaube da haben wir schon das Zeug für, dass wir hier mal ein bisschen Gütertrennung machen. Schon wieder alle hier. Jetzt können wir schlafen. Ich habe einen Sternenhimmel über mir. Ja, komm schlafen. Der Kackvieh ist noch hier unten. Das kann ich gleich mit hochnehmen. Es kann hoffentlich in Leitern steigen. Warte, ich komme mit. Jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm. Follow. Hoch hier. Ja, komm. Nicht so am Eingang stehen bleiben. Von mir aus. Bleib am Eingang stehen. Stay. Stay the fuck it. So schlafen die nase. Nice. So jetzt kann ich mal wieder Holz suchen. Das habe ich im Dunkeln nicht gesehen. Nachtblend. Da drüben ist Holz. Autsch. Da waren Steine im Wasser. Verdient. Nö, nö, nö. Nö, nö. Holzi, holzi, holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Holzi, holzi, holz. Ist doch langweilig. Das Holz abbauen. Aber man braucht es jetzt nicht. Irgendwie braucht man es dann doch. Ich finde das Bauen viel interessanter. Viel spaßiger. Viel spaßiger. Und ich kriege wieder Weins. Kann man bestimmt Weins. Kann man bestimmt Weins daraus machen. Da, 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 da. Der Flachwitzkönig wieder am Start. um 88 jetzt kann ich aufhören bin noch sachsern 88 wird es reicht ist eine angemessene zahl sind mittlerweile schon 101 fisch kann ich den fisch auch themen weiß ich nicht nur ruhig mit fisch in die wohnung ein fisch als haustier da ich habe mich für uns und ich das können auch noch brauchen und ich wohne ich wohne ich bin gibt es ja gar nicht gesagt mir dass ich auch noch eine Pause machen muss gleich mal kurz ja weg muss genau muss kräg gut kann man sich leider kein kräg draus machen bitte was 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 bin ich was mich wohl mal zu deportieren kräftel kräftel rot boden bruchkei nachher vielleicht noch nicht den dachboden drauf machen will. Nope. Serene Ventankel Votor Sehr schön Sauschen Sauschen Noch ein bisschen höher So Woodbook Sheriff Was willst du mit dem Woodbook Sheriff? Nichts Tun wir mit deinem Nichts Oh Scheiße Irgendwas hat mich sehr hoch in die Luft katapultiert Tja Dann warst du das eben Nee Du klingst aber sie erst Ich glaub das war's Ja Among Us Anspielungen Und Creative Nee Mensch Mensch was machen wir noch mit dir? Ja Lars Nee Kannst du das mal lassen? Da liegt meine Scheiße auf dem Baum oben Ach Ach Lars das ist doch nicht mehr lustig Warum denn nicht? Weil ich hier das Haus bauen will Du Sack Ey Ich habe dir nichts getan Das sehe ich anders Hast mich zweimal umgebracht Das stimmt nicht Lügenpresse Fake News Ich habe Aufzeichnungen darüber Ich habe Videobeweis Ja 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 Das kann ja jeder sagen Die Zuschauer sind meine Zeugen Tja Versuche hier nur das Haus zu Ende zu bauen Du machst hier Blödsinn Ich bin hier konstruktiv Arbeiter Konstruktiv am Haus weiter Arbeiter Anstatt auch mal ein bisschen zu Hilfen Mal ein bisschen was zu machen Ein bisschen mit zu arbeiten Schon mal Fenster zu craften zum Beispiel Ja gib mir Sand und ich crafte Fenster Hol dir Sand Du bist doch eh ständig unterwegs Ja Du kannst doch auch mal In den Gebiet reisen Wo es Sand gibt Und da einfach mal Sand für die Fenster holen Das wäre doch mal was Ha Jetzt ist er selbst gestorben Nein Doch Ich habe zu oft gewummelt Dann musst du ja vorher gestorben sein Ja Letzte Woche Du meinst gestern Gestern Oder wahrscheinlich mittlerweile Vorvorgestern Und dann Und dann letzte Woche mal sehen Wann ich das hochlade Es kommt doch hier Nicht täglich aber Und jetzt aber auch können dann wieder stimmen Von den letzten Aufnahmen Ja Was passiert denn hier Da klopft jemand an der Wand Na da klopft an der Wand Was klopft Na da was klopft denn da bei dir Da klopft jemand an der Wand Was klopft man zurück Versucht jemand durch die Wand zu kommen Ja War doch letztens wieder irgendwo ein Thema Im Podcast Oder den ich gehört habe Ich glaube im Sprechstunde Im Podcast war das wieder Thema Ja Amerikanische und deutsche Bauten Dass die in Amerika in der amerikanischen Häusern einfach die Wand Einmal mit der Faust durchkloppen tanzt Weil die einem nur aus Pappe gebaut sind Mhm Im Deutschen kommst du halt so Durch eine ganzheit nicht so gleich durch Du brauchst halt schon Ein bisschen mehr Energie So eine solide Steinwand Bis du da mal durchbrichst Schon schwieriger Es ist nicht unmöglich aber Viel Spaß sag ich mal Warum rings um uns herum Einfach nur ein Schneegürtel Ich weiß nicht Ich glaube die Höhe ist okay Da können wir hier Das Dach jetzt drauf packen Na Das mit den Leitern muss noch ein bisschen üben Wozu leitern Wenn man sich teleportieren kann Hast du dich jetzt mal in Haus teleportiert? Teleportiere mich gleich durchs Haus Eins Zwei Drei Vier Vier also so Endlich Mein Gott Was ist endlich Zwei Drei Vier Ja Ist genau so hoch Jetzt kann das Dach drauf Muss nur noch hochkommen Hier noch ein bisschen Leiter Ja warum nicht hier zum Beispiel Könnt man hier noch ein Leiter machen Und noch ein Dachboden Kleinen Dachboden So stehe ich mir das vor Und dann oben das Dach Autsch Abkürzung Die teleportation Man darf sie nicht bewegen Deswegen Währenddessen Man darf sie nicht bewegen Währenddessen Sehr gut Und jetzt hier noch ein Dachboden drauf Und jetzt hier noch ein Dachboden drauf Warum du stehst den Weg Dann reist man den Baum ein Hast ne Axt Wofür ne Axt? Um den Baum zu fällen Ach Dreck Guckst du schon nach Sand oder Was ist los? Ich brauche schon längst Sand ab Das ist gut Dann brauchen wir noch Fackeln Für den Keller zum Beispiel Hier haben wir Weil der Keller ist jetzt ziemlich düster geworden Dann sitzt doch Fackeln rein Ich habe gerade keine Crafte welche? Nö ich mache gerade hier noch den Boden drauf Den Dachboden Dann habe ich shredded leaves Hier haben wir noch das Strohdach drauf Machen dann meine Wood Floor Sag nicht ich habe noch 5 5 Wood Floor Da brauche ich noch ein bisschen Holz Da muss noch etwas craften Minus Und das ist wirklich eine Und das ist eine Art 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 So kann ich dann hier Gleich mal Wood Floor Da fehlt mir noch Wood Steps, Boing, Wood Steps, Wood Steps, so, dann mach mal, währenddessen kann ich auch schon mal Fackeln craften, Fackeln, da brauche ich nur Moos für, das ist ja kein Problem, das sollten wir haben. Na komm, Leitern benutzen kann ich noch nicht so gut. Oh, wo kommt das Kackvielen her, ey? Ach meine Fresse. Oh, hab ich mir immer gerade so vom Tod gerettet. Tja. Hi. So, wer Moos meintest du? Ne, haben wir gerade nicht. Mit Ruhe haben wir keins. Gut, ich muss mal kurz eine Pause einlegen, kurz pinke Pause, bin gleich wieder da. Nicht töten. Lastas. Gut, ich muss mal kurz einlegen, kurz einlegen, kurz einlegen. Gut, ich muss mal kurz einlegen, kurz einlegen, kurz einunehmen, kurz einlegen. Vielen Dank.